Cristiano Ronaldo ist ein absoluter Ehrenmann und Zlatan Ibrahimovic feiert einfach R9 Ronaldo und das sind die emotionalsten Momente im Fußball, Freunde. Macht euch auf eine Reise gespannt und hier Iniesta bei Barcelona, der Abschied. Tränen in den Augen, eine der größten Vereinslegenden, einer der größten Spieler, den der spanische Fußball jemals hervorgebracht hat. Absolute Gänsehaut. Oh, ja, 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 und da sind die Tränen natürlich da. Er hat noch weiter gespielt, hat noch weiter gespielt bei Wizzle Kobe in Japan, aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Ja, Angel Di Maria, der gibt das Tor seiner toten Oma. Abuel, oh, Gänsehaut, Freunde. Oh, das ist so schön, also nicht das mit der Oma, aber die Aktion von Angel Di Maria, was mit Luis Suarez hier, was ist los? Mit Messi gemeinsam, wahrscheinlich der Abschied damals von, der Abschied von, der Abschied vom FC Barcelona, von seinem super guten Freund Lionel Messi und dann mit Atletico Madrid einfach den Titel geholt. Wo Barca ihm gesagt hat, Luis Suarez, du bist zu schlecht für uns und er sitzt hier da und feiert. Und Rüyad Mahrez, der gibt das Tor dem damaligen Besitzer von Leicester City, der ja damals, ja, vor zwei Jahren war das, glaube ich, bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen ist. Ja, ich bin so eine gute Person, so ein guter Mensch, also ich bin sehr, sehr, sehr schade. Und das ist, warum wollen wir uns schaden. Wunderschön. Wunderschön. Das ist kein für ihn. Ja, Freunde, das ist einfach nur tragisch gewesen. Und schöne Aktion, schöne Aktion. Und jetzt gibt es etwas völlig anderes. Belotti hier, der einfach nur sagt, eine kleine Aktion, war kein Foul, war kein Foul, war kein Foul. So eine kleine Aktion, wisst ihr, das macht ihn, das ist nicht so etwas Großes jetzt, dass jemand gestorben ist oder so, aber trotzdem, die Kleinigkeiten, die den Sport ausmachen. Ach, Rames Rodriguez, 2014. Wird von Brasilien geherzt und gesagt, Junge, alles in Ordnung. Natürlich, du bist enttäuscht, du hast dein Land nicht dahin geführt. König gerade. Schöner Moment. Oh, da kommt ein Flitzer. Ah, der Ordner will den kleinen Junge umrammen. Und Neymar, Mbappé, wieso sage ich eigentlich Neymar? Ich sah doch die Nummer 7, aber habe nur die Haarfarbe gesehen und konnte mich nicht erinnern, dass Mbappé die Haare hatte. Und Mbappé nimmt den kleinen Fan unter seine Fittiche. Geht mit ihm raus. Sogar ein Buch. Ja, eine Unterschrift in dem Buch. Ist doch löblich, dass der junge Mann noch liest. Ist doch löblich. Und jetzt geht er wieder raus und hat im Endeffekt gewonnen. Er hat die Unterschrift von Mbappé und kurz mit Mbappé geschnackt. Und Ronaldo hat da wen abgeballert. Oh, je, je, Ronaldo hat ihm einfach ins Gesicht gezwirbelt. Da müssen sogar echte Männer weinen. Da müssen sogar echte Männer weinen. Und das Trikot bekommt der junge Mann. Oh, junger Mann weiß ich nicht. Aber das Trikot bekommt er. Und er gibt ihm jetzt, gibt er ihm ein frisches Trikot. Er gibt ihm ein ganz, ganz frisches Trikot. Und wahrscheinlich ein Gespräch oder einen kurzen Satz mit Cristiano Ronaldo. Das wirst du dein Leben lang nicht vergessen, wenn du so nah bist mit dem Kerl. Da hat sich das doch ausgezahlt. Würdet ihr euch abschießen lassen von CR7, wenn ihr dann ein Trikot von ihm bekommen würdet und mit ihm sprechen könntet? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Also, ja, würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Franck Ribéry. Franck Ribéry, dem Flitzer, gibt er auch noch ein Trikot. Und der will das gern. Die Sicherheitsleute wollen ihm das gar nicht genehmigen. Junge. Franck Ribéry. Auch die Karriere beendet. Stoke. What the f... Warum? Was? 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 Ja? Hat der? Also, wenn der das absichtlich gemacht hat, wäre das ja mal sowas von hohl, dass du einfach... Wenn das ein offizielles Spiel war, bin ich gerade lost? Bin ich gerade lost? Das kannst du doch nicht machen. Das ist doch Spielmanipulation, Digga. Ist nett gemeint, aber ist Spielmanipulation. Und was sagt der Miro Klose? Miro Klose, der Ehrenmann, der hat schon mal Elfmeter zurückgenommen und hat hier auch gesagt, ich habe es mit der Hand erzielt. Ich habe es mit der Hand erzielt. Das war kein Tor. Cannavaro. Boah, das ist... Und hier ist Cristiano Ronaldo, der Ehrenmann. Hilft hier... Hilft hier einfach Edinson Cavani runter. Hilft ihm hier einfach runter. Vom Platz. Er ist ein großer Sportler. Zwei große Stürmer unter sich. Portugal gegen Uruguay hier. Ah, schön. Und die flitzen alle von der Tribüne runter, nur um das Foto zu machen, Digga. Florenzi. Gibt das Tor auch... Er gibt das Tor... Nee, nicht seiner toten Großmutter. Nicht, dass ich die hier jetzt totgerät habe. Der feiert einfach das Tor mit seiner Oma. Der feiert das Tor mit Oma. Rein in die Zuschauer. Und wo ist die Oma? Wo ist die Oma? Im Ultrabereich? Nee. Wo ist sie? Wo ist sie? Oma, da bist du. Ja, stolz auf den Enkel. So stolz auf den Enkel. Und da Tränen in den Augen die Oma. Oh, ist das schön. Lampert. Ist ihm seine Mutter gesto... Dedicates his goal to... Wahrscheinlich. Oh. Freunde. Manche Momente muss man einfach so stehen lassen. Einfach für Mama. Einfach für seine Mama. Boah, das will ich mir gar nicht vorstellen. Ronaldo und Messi. Die beiden respektieren sich auch. War das das... Ja, hier der Ronaldo mit der Nummer 9 noch bei mir zugezwinkert. Hier Argentinien und Portugal. Und auch bei Juve und Barcelona. Die beiden. Sie sind natürlich Rivalen-Kontrahenten und nicht beste Freunde. Aber die haben den Respekt füreinander. Die haben den Respekt füreinander. Und Iago Aspas hat hier sein Team. Rettet hier Selte Vigo vor dem Abstieg. Und hat Tränen in den Augen. Und weint. Und weint. Und die Fans rasten komplett aus. Und Iago Aspas. Oh, Fußball ist so emotional. Und Fußball gibt dir einfach alles. Iago Aspas. Ich weiß gar nicht, ob der Kerl mal gewechselt ist. Oder ob der Kerl seine ganze Karriere dort war. Spielt ja immer noch bei Selte. Und ist ein wirklicher Top-Stürmer geworden dort. Zlatan mit seinem Idol. Ronaldo Nazario. Guckt euch. Zlatan hat noch nie jemanden so lange angeguckt. Hier sein Idol beim AC Milan. Direkt vor ihm. Und er steht auf der anderen Seite im Inter Milan-Trikot. Und da ist Zlatan bei Pedro. Und Zlatan respektieren sich gegenseitig. Zwei der besten Mittelstürmer aller Zeiten. Und zwei der größten Legenden. Eieiei. Hunt verplay. Admitz, there is no foul. Ja. Aaron Hunt sagt, ne, war kein Foul. Und das ist einfach ehrenhaft. Zlatko Januzovic hier noch. Und Manuel, ist es Manuel Gräfe? Ich glaube, Manuel Gräfe sagt so, ja, gut. Ne, war nix. War nix. Alles gut. Alles gut. Ah, hier hat es. Kleinigkeiten im Fußball. Kleinigkeiten im Fußball. Wie gesagt, doch scheißegal. Konzentriere dich aufs Fußballspielen. Ja, und Puyol wieder. Puyol ist da einfach so ein radikaler Typ. Der ist eine Freundin, die 5 zu 0. Und die feiern sich irgendwie mit brasilianischen Tänzen. Und Puyol kommt so, jetzt kommt man zurück. Weg da. Weg da. Das ist so ein Fighting. So ein Tier. Ein Fighter. Und Ibrahim Afelay hier noch beim Torjubel. Der hat mal bei Schalke gespielt. Junge, Junge, Junge. Ronaldo! Standing Ovations von den Juventus-Fans. Und er sollte ja dann auch dorthin wechseln. Das hast du es geschafft. Wenn da wirklich, wenn die gegnerischen Fans für dich applaudieren, dann bist du entweder ein ganz, ganz großer oder hast ganz, ganz Großes geleistet. Oder in dem Fall beides. Also Christian Ronaldo verbeugt sich auch. Denn er weiß, ja. Das ist nicht selbstverständlich. Abdel Nuri. Ah! Goal! Uh, Patrick Leubert für Nuri. Das war der bei Ajax. Oh Gott. Der bei Ajax damals zusammengebrochen ist im Training. Junge. Oh! Abseits. Abseits. Und das jetzt. Die Natale. Die Natale küsst den Linienrichter. Die Natale küsst einfach den Linienrichter. Einfach absoluter Baller. Absolute Maschine, der Kerl. Neymar mit Kobe Bryant Trikot. Die pinken Haare sind schon frech, aber Kobe Bryant. Guck mal, wenn der sportübergreifend auf einmal im Fußballstadion läuft. Einer der größten Sportler. Einer der so vielen Goats in den verschiedenen Sportarten. Und hier zeigt Neymar einfach nur die 24. Und hier mit einem jungen Fan. Das ist wieder schöner. Das ist wieder schöner. Der Fan heult zwar, aber das sind sicher Freudentränen. Und dass er hier mit seinem Idol Neymar Junior auf dem Fußballplatz stehen darf. Und auch noch das Trikot bekommt. Guck mal, das ist Freude. Da wird er seinen Enkelkindern noch von erzählen können. Guck mal, da ist mein Papa da drüben. Ich weiß nicht. Oh, Pulisic. Pulisic. Oh, und wir zum Fan da. Der Fan, der in Amerika wird weggeräumt. Und Pulisic so. Nein, nein, der kommt wieder her. Der kommt mir schön wieder her. Ich, dann gehe ich, dann gehe ich zu ihm. Dann gehe ich zu ihm. Ha. Ha. Als Schalke-Fan würde ich sagen, gut. Ja, mit einem Dortmund-Trikot. Der gehört natürlich entfernt. Aber natürlich nur ein Späßchen, Freunde. Pulisic hier mit dem jungen Mann. Und wird da, glaube ich, noch ein Foto machen. Und dann wird er einfach nach draußen eskortiert. Aber die Amerikaner, da muss ich ja sagen, bin ich ja froh, dass die nicht irgendwie Peng-Peng da Schusswaffen verwendet haben. Marcelo klatscht mit allen ab und alle freuen sich. Und da ist Cristiano Ronaldo dahinter. Und da freut man sich vermutlich noch ein bisschen mehr. Aber CR7 auch einfach Ehrenmann, dass er da einfach hingeht zu den Kids. Das ist einfach die Kleinigkeiten. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wird dir sicher auch das hier gefallen. Also hier klicken und angucken.